Egal wie hektisch es ist, als Logistikdienstleister sind Sie immer für Ihre Kunden da. Aufträge eingeben, Transporte planen, Anrufe und E-Mails beantworten, den ganzen Tag über sind Sie am Organisieren, Justieren und Korrigieren. Das geht viel einfacher. Arbeiten Sie über Star Portal Customers schnell und schlagkräftig mit Ihren Kunden zusammen. Über dieses Kundenportal in Ihrem firmeneigenen Layout geben Ihre Auftraggeber einfach selbst Ihre Aufträge ein, können den Status in Echtzeit verfolgen, Dokumente mit Ihnen austauschen, Rechnungen einsehen und noch vieles mehr. Auch der letztendliche Empfänger sieht in Star Portal Customers genau, wann er seine Bestellung erwarten kann. Jeder kann selbstständig agieren. Ihre Kunden können selbst entscheiden, wie sie Star Portal Customers nutzen wollen. Über das Internet, per Excel-Upload oder über eine Systemverbindung. So können alle mitmachen. Alle Daten gehen direkt in Ihre Systeme ein und von dort aus geben Sie wiederum Rückmeldung. Sie können so viele Kunden an das Kundenportal anschließen, wie Sie wollen. Über das Internet ist dies im Nu erledigt. Wollen Sie als Logistikdienstleister sehr effizient arbeiten und zugleich jeden Tag einen viel besseren Service bieten können? Ihre Mitarbeiter für Aufgaben einsetzen, die Sie selbst, Ihre Kunden und die Empfänger wirklich zufriedenstellen? Plan yourself a smile und entscheiden Sie sich für Star Portal Customers.